Zuallererst einmal bin ich sehr glücklich und stolz auf die Jungs, für den Einzug. Das ist etwas historisches, noch nie dagewesenes Kapitel für diesen noch jungen Klub. Viele dieser Spiele haben die Geschichte des Klubs nicht nur geschrieben, sondern auch geprägt. Natürlich hat das erste Tor ein bisschen lang gedauert. Wir hatten davor zwei, drei Momente, wo eine Fußspitze gefehlt hat, wo noch einer auf der Linie geblockt hat. Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich gesagt habe, ja, ich hatte das im Urin, dass wir noch zwei Tore schießen. So ist es nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir, wenn wir noch einen Anschluss machen, noch vor der Nachspielzeit, wir haben ihn, glaube ich, in der 90. gemacht oder ungefähr, dann ist schon noch was möglich. Wir lagen auch nicht berechtigt 2-0 zurück, wie ich es gerade schon ein paar Mal irgendwo gelesen habe in der einen oder anderen Zeitung. Ich bin auf Zack, ich lese sofort die Zeitung. Also Online-Zeitung ist natürlich auch klar. Das können Sie sich wahrscheinlich schon denken, das neue Ziel, dass wir in die nächste Runde dann kommen. Aber jetzt spielen wir mal das Spiel in Lyon, wollen gerne den Gruppensieg klar machen und dann schauen, was uns zugelost wird. Aber natürlich ist es dann, wenn es K.o.-Spiele sind und es sind es dann auch das Ziel, in die nächste Runde einzuziehen. Und dann würden wir auch, wenn wir dann weiterkommen, von Runde zu Runde weiter schauen, wie es dann aussieht. Das ist das Ziel. Das darf man wissen.